Musik Hey, vielen Dank für deine Hilfe. Nie Casting alleine aufnehmen ist fast unmöglich. Wem sagst du das? Ich habe übrigens letztens wieder einen Workshop bei Bernd Tillmann gemacht. Das, das hat mir echt die Augen geöffnet. Hey, kein Wunder, dass ich in letzter Zeit so wenig Jobs hatte. Mir hat wirklich ein grundlegendes Verständnis gefehlt. Wirklich? Ja. Und um was geht es da genau? Vielleicht mache ich es denn auch mal. Also, ich habe gelernt, meine Emotionen in mein Ohrläppchen zu speichern. Weißt du, das triggert mich dann. Okay. Es gibt sogar schon den nächsten Workshop. Hier lernt man, seine Emotionen in den Füßen zu speichern. Kostet nur 1495. Wenn das mal kein Schnäppchen ist. Aber hast du den nicht schon mal gemacht? Nein, das waren doch die Hände. Was? Also, damals habe ich gelernt, meine Emotionen in meinen Händen zu speichern. Klingt gut. Das kennst du noch nicht, oder was? Nein. An meiner Schauspielschule lernst du eine Grundausbildung. Stanislavski, Tschecha... Ah, ja, 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 ja. Aber... Wie viele Jobs hat dir das schon gebracht? Hm. Und wie viele Castings hattest du in den letzten Monaten? Zwei bis drei? Ja. Was sagt uns das? Du musst lernen, dein Potenzial zu entdecken. Dein Speicherplatz. So gut, dass es gerade die Aktion Freunde werben, Freunde gibt. Ja. Wenn du mitmachst, ja, dann kriege ich meinen nächsten Workshop umsonst. Weißt du was? Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich war am Anfang ganz genauso wie du, ja. Aber diese Workshops... ...die haben mich wirklich nachhaltig verändert. Jetzt endlich wieder Vertrauen in mich. Meine Urläppchen. Okay. Kann ich mal kurz dein Bart benutzen? Also der Anmeldebogen, ja? Der ist super fix ausgefüllt. Ja. Dann brauche ich jetzt nur noch deine Bankverbindung. Philipp? Okay. Und du bist der Anferme. Dann ja. Ich reallyQuer. Die Fanatik. Okay, je. Vielen Dank.